Ich bin Jack Riffo und das ist die Pflaster-Challenge. Dabei verliert ein Mann viele Armhaare. Alle meine Freunde schreiben ihren Namen auf ein Pflaster und kleben das auf meinen Körper. Dann reiß ich es ab. Das mit dem lautesten Schrei gewinnt. Zum Glück bin ich echt hart. Beginnen wir. Viel Glück. Für dich, Jack. Das wird schmerzhaft. Oh hey, Jace. Hey, Jack. Was ist hier? Hier okay? Warum? Das ist echt arger Kleber. Hey, Jack. Oh hey, Brie, was ist? Okay, das ist ein guter. Das ist gut. Okay, ja, schön fest. Hey, was ist, Ben? Ja, was ist? Hier hin. Zu den Haaren. Okay. Schönen Tag noch. Echt fest. War schön, dich zu sehen. Das wird echt wehtun. Noch viel Spaß. Okay. Also los. Mace. Nicht so schlimm. Rihanna. Eins, zwei. Ging auch. Jetzt Lizzie. Das tut weh. Ow. Okay, Lizzie. Ow. Das tut weh. Jace. Ow. Das wird übel. M2. Oh, das ist nicht so schlimm. Das ist right. I'm the most scared of it. So viele Haare. Ow. Ha ha ha. Das ist Benjamin. Here we go. Ow. 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 Ein paar Spuren. Der Gewinner ist wohl... Benjamin Flores Jr. Glückwunsch. Hat dich dran gekriegt. Yeah, du. Du. Und der Gewinner ist wohl... Klimaschutz.